Icon hat begonnen und weil man nichts zu den Künstlern findet, haben wir für euch einen Steckbrief angelegt. Damit wir die Videos weiter produzieren können, brauchen wir aber eure Hilfe. Schreibt uns in die Kommentare, zu welchem Künstler ein Video kommen muss. Über Discord geht es sogar schneller, Link in der Beschreibung, aber genug dazu. Sobald du das Video hier geliked hast, kann es losgehen. Heute mit Mowgli 018. Vorname ist Pouya. Geboren ist er am 28.01.1999, also heute 25 Jahre alt. Er wurde in Kassel geboren, lebt aber mittlerweile in Ahe. Ahe ist ein Stadtteil von Bergheim, also liegt in Nordrhein-Westfalen. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich von Icon 4 oder durch seine Songs mit Kit Kawaki. Schauen wir uns mal die Stats an. Auf Spotify hat er gute 380.800 monatliche Hörer. Auf YouTube hat er 14.700 Abos und 31.300 Follower auf Instagram sowie 42.800 Follower auf TikTok. Und damit kommen wir zu seinen Besonderheiten. Und hier gibt es diesmal gar nicht so viel zu berichten. Seinen Vertrieb übernimmt iGroove, ein Management scheint er nicht zu haben und einem Label gehört er scheinbar auch nicht an. Zumindest konnte ich dazu nichts finden. Wenn das stimmen sollte, dass er davon nichts hat, wenn man sich seinen Verlauf anschaut, dann können sich einige Kandidaten ziemlich warm anziehen. Denn er scheint das ganze Ding hier ganz schön im Griff zu haben. Mehr brauche ich dazu glaube ich nicht sagen. Das war es soweit von mir. Bleibt anständig. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.